Warum du in Zukunft auf Quereinsteiger setzen musst und wie du dafür sorgen kannst, dass deine Quereinsteiger genauso produktiv sind wie deine Gesellen. Let's go! Ja, herzlich willkommen zum Video. Mein Name ist Alex, wir machen ihn auch wieder am Start. Hallo. Wir wollen heute über das leidige Thema Quereinsteiger reden. Leidig, warum? Weil die meisten sagen, ja, ich hätte ja schon gerne einen fertigen Gesellen, aber die kriegst du ja nicht mehr, dann muss ich einen Quereinsteiger nehmen. Aber eigentlich sind Quereinsteiger mittelfristig eh nur die einzige Lösung, aber auch bringen einige Vorteile für dich mit. Zum einen ist es so, Quereinsteiger ist ja grundsätzlich jemand, der das Ganze nicht gelernt hat. Das heißt, alles, was er macht, hast du im Regelfall ihm beigebracht. Bedeutet, damit du Quereinsteiger überhaupt verwenden kannst, muss deine Struktur so gut sein, dass sie mit Leuten, die eigentlich keine fachliche Erfahrung haben, trotzdem eine gute Arbeit machen kann. Bedeutet, es muss sehr viel dahinter abgesichert sein, was die Information angeht. Die meisten machen es ja so, die setzen den Gesellen dahin. Der Geselle hat das schon bei drei anderen Betrieben gemacht, der weiß, wie das läuft und er kümmert sich dann. Wenn der Geselle morgen wieder weg ist, dann ist da niemand mehr, der sich kümmert, dann ist da niemand mehr, der das machen kann. Wenn ich aber eine Struktur habe, die das, was der Geselle im Kopf hat, da reinpackt, dann natürlich, ist logisch, gibt es immer noch fachliche Tätigkeiten, wo ich den Gesellenschein so brauche. Ist logisch, aber das ist erfahrungsgemäß unter 10% der Tätigkeit, wenn du wirklich mal den ganzen Betrieb dir anschaust. Die anderen 90% sind Sachen, die theoretisch jeder, der eine Grundanleitung bekommt, machen kann. Und je nachdem, wie stark deine Grundanleitung ist, desto mehr kannst du mit Quereinsteigern machen. Jetzt ist die logische Konsequenz bei einem Quereinsteiger, der verdient nicht das Geld, was ein Geselle verdient. Auch logisch, ein Geselle kriegt seine 22, 23 Euro, ein Quereinsteiger vielleicht 16. Wenn du den Quereinsteiger aber dazu bringst, dass er mal 80, 90% des Gesellenjobs macht, kann er theoretisch 80% des Gehalts bekommen. Das heißt, du hast dann nicht irgendwelche Quereinsteiger, du hast dann die besten Quereinsteiger plötzlich. Das heißt, du hast dann einen Quereinsteiger, der kann seine 20 Euro die Stunde bekommen, überhaupt kein Thema. Weil der bringt auch das, was der Geselle gerade bringt, fast zumindest. Hier hängt es aber von zwei Faktoren immer ab. Erster Faktor, wie gut bist du in der Lage, Leute intern auszubilden. Und das kann zum Beispiel so aussehen, das ist ein bisschen Elektrikerbetrieb, dass dann der Quereinsteiger die ersten drei Monate die ganze Zeit nur Steckdosen an die Wand macht. Die ganze Zeit. Das Wichtige ist, gerade bei Quereinsteigern, dass du halt nicht drei, vier Monate im Haus bist, der überhaupt arbeiten kann. Das Wichtige ist, dass er schon in der ersten Woche arbeiten kann, weil der muss das gerne natürlich wieder reinbringen, muss übrigens jeder mitarbeiten. Das ist nicht nur bei Quereinsteigern so, aber gerade bei Quereinsteigern. Wir haben oftmals auch ganz aufwendige Verfahren dann intern gemacht, dass man irgendwie den zwei Monate mit einem Gesellen mitschickt, in der Hoffnung, er weiß dann irgendwas. Dann soll er trotzdem den Job von den Gesellen machen, was natürlich dann auch wieder nicht klappt. Am besten ist es, du filetierst wirklich bei deinem Betrieb, überlegst dir, was für eine Qualifizierung brauche ich für den jeweiligen Schritten, für Steckdosen an die Wand machen. Das könnte ich jetzt machen, ich bin halt wirklich nicht begabt. Ja, Kabel verlegen. Exakt. Also Meter lang, hunderte Meter lange Kabel verlegen oder durchs ganze Haus, durchs ganze Gebäude, dafür musst du jetzt auch nicht unbedingt die qualifizierteste Person sein. Das kann grundsätzlich jeder, der es mal erklärt bekommt, über ein, zwei Tage Schulung. Genau. Und schon kann der Wert liefern. Ist logisch. Du kannst, das ist jetzt auch klar, jetzt kommen natürlich wieder die andere Fraktionen, die sagen, ja, ich habe nur fünf Leute, wie mache ich denn das jetzt? Weil, faktisch, ja, ich kann halt nicht so einzeln die Aufgaben aufsplitten, weil dafür sind wir zu klein. Ist korrekt. Dieses mit den Kabel verlegen und Steckdosen, das ist vielleicht bei einer Größe von 20, 30 Mann, ab da geht das. Wenn du kleiner bist, nichtsdestotrotz, braucht er vielleicht einen Moment länger, kann vielleicht noch nicht Vollzeitkabel verlegen, bringst du ihm trotzdem das als erstes bei. Weil dann macht er die zehn Prozent eurer Tätigkeiten, die er mit Kabel verlegen und sowas zu tun haben erstmal. Lernt dabei die zweiten zehn Prozent, lernt die dritten zehn Prozent, ist aber schon in der ersten Woche produktiv. Und das große Problem bei Querensteigern ist halt, auf der einen Seite, wir warten zu lange, bis wir sie aktiv arbeiten lassen, weil wir zu viel Angst haben, dass sie Fehler machen. Auf der anderen Seite erwarten wir, wenn sie dann arbeiten, dass sie es direkt perfekt machen, wie der Gesell. Und das ist einfach unrealistisch und unfair dem Querensteiger auch gegenüber. Das Ziel sollte eigentlich sein, er soll von Tag eins an kleine Sachen schon machen, im besten Fall vielleicht Tag zwei oder drei an, aber du weißt, was ich meine. Kleine Sachen machen, die Schulung von ihm soll möglichst komplett unaufwendig für dich sein. Bedeutet, am besten eine Art Videokurs oder sowas, wo er das alles lernt. Warum? Weil er nicht ein Geselle in die ganze Zeit begleiten muss und damit doppelte Zeit drauf geht. Vor allem auch Gesellenstundenlohn, der deutlich höher natürlich im Regelfall abgerechnet werden kann, auf jeden Fall, als der von dem, ich sage es mal, Helfer einfach. Bedeutet, angenommen, ideales Szenario, der Querensteiger kommt zu dir, der setzt sich drei Tage hin, guckt sich Videos an, dann fährt er bei den Gesellen mit und kann schon bei 20, 30 Prozent der Tätigkeiten gut unterstützen. Der macht sich komplett alleine, kann es aber gut unterstützen. Dann schafft der Gesell plötzlich 10 Prozent, 15 Prozent mehr. Das heißt, der Querensteiger hat sich an der Stelle schon wahrscheinlich gerechnet. Gleichzeitig erfährt er im nächsten Monat die nächsten drei, vier Tage, wo er dann eine Schulung durchleuchtet und vielleicht die nächste Woche schon einen Tag. Das heißt, er lernt immer weiter sukzessive dazu. Und selbst wenn mal einer geht oder der jetzt nicht gut war, dann hast du immer noch sozusagen das Videomaterial von der Grundschulung. Richtig. Und musst nicht sozusagen jedes Mal immer wieder neue Zeit investieren, sondern du kannst erst mal versuchen, so viel da reinzupacken, dass eine Person schon eine gewisse Grundausbildung sozusagen durch dich bekommt, durch deinen Betrieb bekommt, bevor er überhaupt das erste Mal mitfährt. Ja, so muss sich keiner irgendwie die Stunden ans Bein binden, um ihm die Sachen immer, und den Mund fußelig reden, um ihm die Sachen beizubringen. Sondern idealerweise merkt ihr auch schon dann, ob die Person auch was taugt oder nicht, ohne viel Zeit investiert zu haben. Dafür gibt es noch eine Bedingung, die wichtig ist. Es muss in deiner Firma eine lückenlose Kommunikation bzw. Dokumentation herrschen. Wenn es so ist, dass alles, was die Mitarbeiter machen an jedem Kundenprojekt, kurz dokumentiert ist zumindest, kann morgen ein komplett neuer Mitarbeiter kommen, der muss mit niemandem reden, der sieht genau, was abgelaufen ist, der versteht durch die Schulung, wie er es zu interpretieren ist und wie er es dokumentieren soll und kann mitdokumentieren. Problematisch wird es, wenn das alles in den Köpfen der Leute abläuft und dann der eine geht, weil dann sind da fünf Sachen offen und weiß keiner, was genau der Punkt war, muss erst mal die ganze Baustelle checken, was hat er schon gemacht, was hat er nicht gemacht. Das heißt, damit du so arbeiten kannst, damit du auch die einfache Möglichkeit hast, mit Zweifeln Querensteiger zu ersetzen, der doch nicht passt, brauchst du eine lücklose Dokumentation über den ganzen Prozess hinweg. Wenn du das aber gewährleistest, dann kannst du Querensteiger ein richtig geiles Arbeitsumfeld bieten, wo die von Anfang an Wert schaffen können, wo sie von Anfang an sich selber reinlernen können, auch immer wieder neue Dinge dazulernen und Gehalt verdienen können, was denen sonst nicht mal jemandem Gesellen zahlen kann. Ja. Teilweise. In dem Sinne, hoffentlich hast du ein paar Sachen mitgenommen. Wie gesagt, Querensteiger-Thematik wird in Zukunft eh kommen, also du musst dich damit auseinandersetzen, wenn du es nicht machst, deine Konkurrenz macht es auf jeden Fall. Einige davon, auch nicht alle, natürlich. In dem Sinne, wir haben viele weitere Videos, wie du solche Schulungsunterlagen schaffst, wie solche Sachen generell funktionieren, deswegen abonnier den Kanal auf jeden Fall an der Stelle und dann wünsche ich dir eine gute Zeit und viel Erfolg beim Umsetzen. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020